Diese zum Kauf angebotene 7-Zimmer-Villa befindet sich im Kreis Viersen. Das im Jahr 2002 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 5541 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 420 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 1.380.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.